Die Bedeutung des Fastens für Muslime Wenn Muslime im neunten Monat des islamischen Mondkalenders, das heißt im Ramadan, fasten, dann erfüllen sie eine der wichtigsten religiösen Pflichten im Islam. Jeden Abend zusammenkommen, gemeinsam essen, gemeinsam beten und viele andere Dinge, die man mit der Familie und mit der Glaubensgemeinschaft zusammen erfüllt, können auch Freude und Glücksgefühle hervorrufen. Das heißt, beim Fasten geht es nicht nur um einen körperlichen Verzicht, dass man eine bestimmte Zeit nichts isst und nichts trinkt, sondern dass man Gemeinschaft erlebt, dass man gemeinsam zusammen frühstückt. Und wenn man etwas gemeinsam tut, dann ist natürlich nicht nur der Segen, sondern auch die Freude viel größer. Nicht selten ist es aber so, dass religiöse Traditionen, wie zum Beispiel das Fasten, bei Menschen, die diese Tradition nicht kennen und nicht schätzen, auf Unverständnis stößt. Ist das überhaupt gesund? Ist das überhaupt gut? Oder wie kann man auf Dinge verzichten, obwohl sie täglich vor einem liegen, wie Essen und Getränke? Warum ist es so, dass Menschen freiwillig verzichten, sich bestimmten Dingen enthalten? Um ein Beispiel aus religiöser Perspektive zu geben, es gibt eine Überlieferung vom Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, die sinngemäß besagt, die ersten zehn Tage des Ramadans Barmherzigkeit sind, die zweiten zehn Tage des Ramadans, also die Mitte des Ramadans Vergebung ist und die letzten zehn Tage Errettung aus dem Feuer. Das heißt, wir bringen mit dem Ramadan auch jenseitige Aspekte in Verbindung. Auf die Frage der Ramadans bringt uns, gaben Muslime unter anderem folgende Antworten. Er bringt uns zusammen. Selbsterkenntnis, somit Gotteserkenntnis. Einen wunderschönen, abnehmenden Mond. An unsere nüchternste, natürlichste Grundbasis zu uns selbst. Freude, Liebe, Frieden und viel Segen von Allah. Geduld und Einsicht. Segen. Liebe und Barmherzigkeit. Näher zu Allah. Die Datteln auf den Tisch. Die segensreichste Zeit, die wir als Muslime als Geschenk von Allah erhalten haben. Die Möglichkeit, durch einfache Taten, die durch starken Willen und tiefen Glauben ausgeführt werden, die Gnade Allahs zu erlangen, Vergebung für unsere Selbstsucht, Disziplin, Zusammenhalt und eine wunderschöne Zeit voller Hassanat, voller guter Taten, Erfolg im Diesseits und im Jenseits, Stärke und innere Ruhe oder nichts, wenn wir nichts daraus machen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele Menschen diese Tradition nicht kennen oder diese Tradition für sie befremdlich ist. Vielleicht sollten wir Muslime viel häufiger, vor allem im Ramadan, mit unserem Umfeld interagieren und ihnen unsere inneren Werte, und dazu gehört das Fasten im Ramadan, besser vermitteln, sodass die Menschen nicht nur denken, da gibt es Menschen, die hungern und dursten, obwohl sie essen und trinken könnten.